Hier haben wir eine quadratische Gleichung mit einem C. Ich meine sowas hier. Also keinen konkreten Wert als absolutes Glied. So, und naja, ich habe mal in Klammern dahinter geschrieben Diskriminante. Die Diskriminante unterscheidet, wie viele Lösungen wir bekommen. Das ist eigentlich nicht die Diskriminante, aber wir wollen die mal lösen. Und zwar ganz herkömmlich mit der sogenannten PQ-Formel. Damit ich die PQ-Formel, die da ja heißt X01 und 2, also 2 Lösungen, ist gleich minus P halbe plus minus Wurzel aus P Quadrat Viertel oder P halbe in Klammern zum Quadrat ist egal, minus Q. Um die lösen zu können, so mit der PQ-Formel, diese Gleichung, muss ich die erst mal 7 Drittel multiplizieren, damit ich dieses mal 3 Siebentel, Entschuldigung, muss ich die erst multiplizieren, damit ich dieses 7 Drittel wegkriege. Das habe ich selber gemerkt. Ich hatte das hier kurz vorbereitet und nicht darauf geachtet. Das heißt, ich muss jeden dieser Terme mit 3 Siebentel multiplizieren und ergibt sich das 9 Siebentel. Und auch das C muss ich multiplizieren, damit ich das richtig rausbekomme. So, jetzt könnte ich hier loslegen mit der PQ-Formel. Und hier unter der Wurzel ist die sogenannte Diskriminante. Ich komme dann gleich nochmal drauf zurück. Dann ist X012 gleich minus P halbe. Also sage ich minus mal minus ist plus. Und 9 Vierzehntel wäre das. Wenn ich sage 9 mal durch 7 und 2, dann kann ich auch sagen, nicht durch 7 und 2, sondern statt durch 7 kann ich gleich Vierzehntel hinschreiben. Plus, minus und jetzt geht es weiter in der, hier kommt das P² Viertel, das sind 81, 14 mal 14, 196. Und jetzt minus Q. Ja, Q ist aber das ganze Ding hier in diesem Fall, dieser ganze Zahlenwert. Also minus diese 3 Siebentel C, also das Ganze. So, ich mache immer gerne dieses Häkchen hier. Ich zeige das nochmal, dieses Häkchen am Ende der Wurzel, weil das heißt, da ist der gesamte Wurzelausdruck drüber zu ziehen. Das ist wie so eine Art Klammer. Muss auch rein rechnerisch betrachtet werden. Also ich darf nicht bloß aus 81, 196 die Wurzel ziehen, sonst wird es falsch. Bevor ich jetzt hier loslege, damit es zum besseren Verständnis kommt, mache ich mal folgendes. Wir gehen mal zurück in die, meinetwegen siebte Klasse, teilweise sechste Klasse, je nachdem. Und ich zeige nochmal ein Beispiel. Wenn ich x mal in Klammern x minus 1 gleich 0 das x bestimmen möchte, dann sage ich, okay, das ganze Ding wird dann 0, wenn ich hier, entweder das x wird 0, dann kann mir in der Klammer stehen, was will. Oder der ganze Klammerausdruck wird 0. Kann ich das so betrachten, dass ich sage, x0,1 ist automatisch 0, beziehungsweise hier sage ich so richtig, tippeltappeltur mache ich das jetzt mal, x minus 1 muss gleich 0 sein. Das heißt also, wenn das ein größerer Term ist, hier hinten in der Klammer, dann kann ich das trotzdem mit ganz normalen Regiestrichen und so weiter lösen. Also hier plus 1 und demzufolge ergibt sich x0,2 ist das nämlich, x0,2 ist dann 0 plus 1 ist 1. Das wäre die Variante. Ich habe also zwei Lösungen, x0,1 ist so und x0,2 ist so. Wenn ich das auf mein c mal anwenden will, indem ich einfach sage, ich mache das mal ein bisschen allgemeiner, ich sage x mal in Klammern x plus c wäre 0. Dann weiß ich wieder, x0,1 ist klar und x0,2, jetzt auch wieder nach allen altdeutschen Rechenregeln, sage ich x plus c soll 0 sein, sprich minus c ist der nächste Schritt. x0,2, das wird dann mein x0,2, ist dann minus c und c kann verschiedene Werte einnehmen. Das nochmal zur Erinnerung. Das dürfen wir jetzt bei der ganzen Sache nicht vergessen. Noch was, das funktioniert ja alles ganz gut bei solchen linearen Gleichungen. Hier habe ich es mit Linearfaktoren zu tun. x minus 1 ist ein Linearfaktor, x plus minus 0 ist auch einer und so weiter. Was aber ist, wenn, und jetzt zeige ich nochmal eine nächste Sache. Ich nehme mal ein Zahlenbeispiel wieder. Ich sage ganz einfach, ich möchte eine Wurzel aus 4 ziehen. Dann muss ich korrekterweise sagen, dann ergibt das zwei Lösungen. Nämlich, die eine wäre plus 2 und die andere wäre minus 2. Also beide Lösungen. Wenn ich das versuche aus der Wurzel aus 0, dann ist das kein Problem. Das kann man noch machen, aber ihr könnt es ja selber auch nochmal mit dem Taschenrechner ausprobieren. Wenn ich aus minus 4 die Wurzel zu ziehen versuche, gibt das keine Lösung. Also wäre die Lösung, die Lösungsmenge für so einen Ausdruck leer. Naja, da ist nichts drin. Das lässt sich nicht lösen. Tippt mal minus 4 in den Taschenrechner ein, drückt aus Wurzelzeichen und ihr werdet sehen, das geht nicht. Das heißt also, aus negativen Zahlen eine Wurzel zu ziehen ist unmöglich. Der Beweis wäre, wenn ich sage, minus 2 mal minus 2 ergibt plus 4 und plus 2 mal plus 2 ergibt auch 4. Der rückwärtige Weg kann nur bedeuten, dass ich sage, die Wurzel aus 4 ist entweder eine positive oder eine negative 2. Daher das hier. So, jetzt haben wir es aber hier unter diesem Wurzelzeichen mit einem mathematischen Ausdruck zu tun. Und da muss ich so ähnlich vorgehen. Den mathematischen Ausdruck muss ich etwas zerpflücken. So ähnlich, wie ich es hier jetzt mache. Also hier, das Problem. Das muss ich so angehen. Ich muss Tippeltappeltur sagen hier und ganz speziell, das ist der echte Ausdruck, um den es geht. Ich muss mir meine Wurzel, die muss ich mir schnappen und einzeln auftriseln, damit ich rauskriege, wie das klappt. Immer in diesem Gedenken daran, was passiert, wenn ich aus einer negativen Zahl eine Wurzel ziehe oder oder oder. So und das machen wir mal. Das geht relativ schnell. Ich mache mal kurz Pause, damit ich das schnell aufschreiben kann. Na ja, ich habe das nochmal wieder gelöscht. Ich nehme ja diesen Wurzelausdruck hier. Diesen Wurzelausdruck, den gesamten. Den schreibe ich mir hier hin. Aber ich weiß, dass ich Brüche sowieso nur vergleichen kann, wenn ich einen gleichen Nenner habe. Das wissen wir hier. Der gleiche Nenner. Und hier muss der gleiche Nenner entstehen. Die sind noch unterschiedlich. Und deswegen mache ich das mal gleich so, dass ich sage, ich kriege dann eine Lösung raus. Und zwar habe ich mir was vorgenommen. Ich möchte mal sehen, wann wird der Wurzelausdruck 0. Also ich schreibe das mal voran. Wurzelausdruck wird 0, wenn. Und das probiere ich aus, indem ich sage, diese 81,196 minus. Und jetzt 3 Siebentel C muss so einen Wert annehmen, dass das 81,196 entspricht. Also kann ich das auch so aufgeschrieben haben, als 81,196 soll 3 Siebentel C werden. Aber das mache ich gleich im nächsten Schritt. Das heißt, ich werde 3 Siebentel so erweitern, dass ich sage, ich habe da einen anständigen Ausdruck. Und jetzt von der 7 auf die 196 zu kommen, muss ich entsprechend erweitern. Mit 7, dann hätte ich 49 und dann nochmal mal 4. Also ich kann es gleich sagen, der gemeinsame Nenner wird 196 werden. Und ich muss hier 84,196 für C wählen. Das ist einfaches Erweitern von 3 Siebentel. Das ist also nochmal, das ist analog diesem Schritt hier. Ich schnappe mir den Ausdruck in der Klammer und forme den dann so um. Und das habe ich jetzt hier so gemacht, dass ich mein C dann ermitteln kann, wenn ich sage, die beiden hier, die beiden Ausdrücke, die beiden insgesamt nach dem Minus, die müssen gleich groß sein. So. Und jetzt geht es los. Jetzt geht es mit der Tippeltabeltur weiter. Also ich nehme mal 196,84. Dann wird mein C auf der rechten Seite alleine stehen. Und dann ergibt sich also mal ausführlich 81 mal 196 durch die alten 196 vom 81,196. Und hier kommen die 84 hin. Und jetzt kann ich die kürzen und das wird dann, na, das war nicht schön, und das wird dann C ergeben. Jetzt kürze ich mal schnell. Die 196, die fliegen raus. Da wären Einsen draus. Also ist C für diesen Fall, das mache ich jetzt mal so, indem ich hier hochgehe, schreibe ich dann C ist dann 81, das bleibt nämlich übrig, 84. 81, 84. Und jetzt habe ich mein Unterscheidungskriterium, denn ich kann sagen, der Wurzelausdruck wird dann 0. Das heißt, ich werde eine einzige Nullstelle bekommen, wenn ich 81,84 für C einsetze. Das mache ich mal. Ich habe also für diesen Fall, jetzt komme ich wieder zurück von meiner Nebenrechnung, x0,1,2 für eine Nullstelle, ich mache mal noch zum Index dazu, für Wurzel aus 0, ist gleich 9,14 plus minus Wurzel aus 0. 0, warum? Weil wenn ich 81,84, das könnt ihr mal für C einsetzen, ausrechnen, dann wird unter der Wurzel nichts mehr stehen. Demzufolge habe ich x0,1 für die Wurzel aus 0, soll gelten, 9,14 plus 0. Die Wurzel aus 0 ist 0 und x0,2 und das ist in diesem Fall, äh, für die Wurzel aus 0, ist genauso 9,14. Das heißt, ich habe nur eine Lösung. Ob ich hier noch plus 0 oder irgendwas dahinter schreibe, ist egal. Das ist eine, eine einzige Lösung. Eine Nullstelle. Ich schreibe mal eine Lösung. Denn wir errechnen ja mit x0,1 und 2 die Nullstellen. Und jetzt kann ich unterscheiden, jetzt kann ich sagen, naja, wenn das für C gleich 81,84 eine Lösung ergibt, dann kann ich auch sagen, für alle, für alle C, ähm, ist kleiner als 81,84, gibt es zwei Lösungen. Warum? Und zwar mehrere, ne? Alles was kleiner ist. Das heißt, ich kann 80,84 nehmen, ich könnte 80,5,84 nehmen und so weiter. Ich kann also hiermit spielen. Warum zwei Lösungen? Gucken wir uns das nochmal an. Wenn das C kleiner ist, dann ergibt sich hier ein positiver Wert und ich werde immer irgendwas plus minus größer als 0 dahinter addieren oder subtrahieren können. Also kriege ich zwei verschiedene Lösungen. Und für alle, na, alle C größer als 81,84, gibt es keine Lösung. Keine Lösung deswegen, weil nämlich dann, wenn C größer als 81,84 wäre, hier sich ein negativer Ausdruck ergebe. Und ein negativer Ausdruck unter der Wurzel ergibt keine Lösung. Insgesamt nicht mal eine Nullstelle. Das sähe zum Beispiel so aus. Hier ergeben sich zwei Lösungen für eine Parabel, ne? Zwei Nullstellen. In diesem Fall ergebe sich eine Nullstelle und ist gar die Diskriminante dermaßen gestaltet, dass ich keine Lösung rausbekomme, würde dieser rote Graph niemals die x-Achse schneiden. Das ist der Hintergrund, der grafische Hintergrund dafür. Das heißt, ich hätte in diesem Fall jetzt alles gelöst. Das wäre erste Variante, erste Lösung für die Gleichung, zweite Lösung und dritte Lösung für die Gleichung. Quadratische Gleichungen haben im Allgemeinen zwei Lösungen, aber bei bestimmten Fällen haben sie eben sogar keine Lösung oder gar nur eine, nämlich eine erste und eine zweite, die gleich groß sind. Ich hoffe, das hat zum allgemeinen Verständnis beigetragen. Ich mache das Video jetzt dicht und wünsche fröhliches Üben. Bastelt euch mal andere Werte. Also nehmt am besten gleich diese Form, damit ihr jetzt nicht nochmal diesen Schritt machen müsst, reine Schreiberei. Und bastelt euch hierfür irgendwas, irgendwas als C, vielleicht nur ein nacktes C, kein 3 Siebentel, vielleicht gar nichts davor vor dem C. Und hier irgendwelche bekannten Ausdrücke, die nicht so schwierig zu rechnen sind, damit sich keine großen, riesigen Werte ergeben. So, also dann viel Spaß, schönes Wochenende.